Anderen zu vergeben ist schwer. Noch schwerer ist sich selber zu vergeben. Daniel Reichert vergisst seinem Sohn die Schwimmflügel anzuziehen. Helene Reichert hat als junge Frau ihr behindertes Kind abgetrieben. Und Nico Pauli zieht mit einer Hooliganschläger-Truppe von Krawall zu Krawall. Das kann ich mich nicht verzeihen. Im Fenster zum Sonntag.